Hey Leute willkommen zu der nächsten Folge von Rocket League und ihr fragt euch jetzt sicher warum sind die hier nicht im Spiel drin warum sind die in dem Homescreen Startbildschirm was auch immer und zwar genau aus dem Grund dass wir hier die erste Challenge machen wir erstellen es nämlich ein neues Preset wir beide und gehen jetzt hier fünf mal auf den Würfel danke übrigens für die Challenge von Joey K wir werden auch noch ein paar andere Challenges natürlich machen allerdings war das jetzt die sag ich mal einfachste die jetzt ganz schnell zum aufnehmen geht denn wir haben beide nicht ganz so viel Zeit deswegen machen wir das jetzt einfach mal so Flo bist du bereit dann drücken wir fünf mal auf den Würfel also ich hab schon ich bin schon das erste Mal ich habe ein sechste Auto dann warten wir zweites Mal drittes Mal oh der ist cool der ist ja cooler viertes Mal und jetzt das fünfte Mal und das Auto muss ich jetzt fahren und das ist eigentlich das was ich oft auch fahr so Leute wir machen ein sechstes Mal denn dieses Auto habe ich ja eigentlich fast immer gehabt bisher deswegen machen wir einfach noch mal hier ein neues Preset ja der schaut gut aus der sieht interessant aus so wir gehen in die Runde so Leute dann sind wir hier mit unseren Wahnsinns Autos in der Runde also ich weiß nicht ob jetzt ein Auto so viel ausmacht schade dass ein Schaden das mal an jetzt dein Ding ist halt so ein richtig krasser der hat so eine Haiflosse da ja ich bin das sieht fresh aus ich weiß jetzt wirklich nicht ob ein Auto so viel ausmacht gut wenn es jetzt müssen eine andere Form hat meins ist aber trotzdem relativ flach flach meins nicht meine Witze ne hahaha ich weiß es nicht aber der geht der geht der geht ja er geht tatsächlich du noob aber mal gucken ich bin nur very gespannt was das hier wird wir werden für die zweite Runde natürlich dann nochmal neue Autos raussuchen zum Glück ja vielleicht bekommen wir dann ein paar bessere also wie gesagt ich hätte ja jetzt den nehmen können den was ich sonst auch immer nehmen aber das wäre dann ein bisschen langweilig lol ich hab so ein Gefühl das Auto ist voll lahm das Ding ist man muss sich halt einspielen das ist das Problem mit den Autos wo wir den Ice Charger gekauft haben vor dem letzten Stream da musste ich mal auch erstmal ein bisschen einspielen bevor ich da so richtig mitspielen konnte und ja das ist jetzt auch nicht ganz anders aber du hast ein Tor gemacht ganz locker easy mit dem fetten Ding da das sieht voll wie so ein Spielzeug aus so richtig klein aber so richtig hoch einfach ja das ist ja ein Spielzeug Alter ist es traurig ich hab irgendwie ne Flagge von ich weiß nicht was das ist alter ja ich hab eine Schweden Flagge aber meine kenne ich nach Abrakadabra hä 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 was hat das damit zu tun ja ne weil bei FIFA da gibt es diesen also es gibt ja den Slatan Ibrahimovic ne nein und da sagt der Kommentator immer Ibra Cadabra und ja der Schwede oder was er spielt bei der schwedischen nationalmannschaft na ich wollte ihn jetzt so rein pinöpeln es hat nicht gut funktioniert was mache ich denn hier gar das könnte vorlage werden wie hoch der den angesetzt hat und ich war nicht mal so hoch auch vor der Aarau auf der Städte Städte Lohrl das war das die Knochen ich dich oder natürlich tun mich wohl nicht im Ball von er war da eine Idee wie viel Bälle im Schatz und alles ist das siehst du das sie ist wir müssen den Weg machen er hat was machst du denn muss ich nicht wir machen jetzt nun muss war Klaus das Auto kommt nicht auch so langsam vorne ich habe es wirklich langsam die Kaufmann oder so ein bisschen zu er das ist dass es sich lohnt ja genau das ist sich lohnt Geld auszugeben natürlich Outplay volles Outplay natürlich fährst du ihn machst Volllage ne mach's nicht das war jetzt auch ein Outplay aber ich konnte nicht Outplay, Schade Hättest stehen bleiben müssen, ich hab gesagt, ich mach Volllage das war ja keine Mensch durchfühls, wer der Mond du bist, wer der Drecksau was war das jetzt, nein Mann, ich dachte, der trifft ihn richtig gut mit dem Auto ich ja ich hab bisher so vier Bälle getroffen und ansonsten passt der Trick ist noch zu gewinnen naja ich mach halt dann das entscheidende Auflagen Goal meine sexy Vorlage, guck dir das mal an du dass ich den reingemacht hab, das war ein bisschen crazy, aber drehen wir das Ding, du mein Freund nicht ich finde das Auto nicht geil muss ich euch ganz ehrlich sagen ja, ich hab's auch das ist ein gekauftes Lockner ne na lol nein die kann man sogar machen, wenn jetzt jemand in der Mitte da wär, aber jetzt hat ihn abgewährt und ich war auch nicht da Auflage lol das war wichtig, dass ich da war ich kann mit dem nicht fliegen ich kann das nicht einschätzen, hier mit dem lol, ich hab ihn jetzt in den Ball reingekickt, danke, dass du mich auch nochmal wegkickst kein Problem wir führen, ne, das müssen wir jetzt verteidigen ich geh dir schon wieder weg, oder? ja, läuft bei mir schieß drauf ich hab ihn weggekickt, bitte na also, oh mein Gott ich dachte wahrscheinlich ich bin extra so nach links geflogen weil ich dachte, wenn er ihn trifft, vielleicht blogge ich ihn genau so dass er nochmal reingeht ist was hat der denn gemacht, also der hat den gar nicht getroffen oh, so schlecht nein, Spaß das ist so schlecht komm, lass ihn noch nen Tor machen, oder? ne Flo nein Flo ja zum Glück, Alter und verdient unverdient guck mal, wie ich da hinterher gebußt bin, ich hab den nur weggecheckt weggekickt, Alter, wenn der jetzt raus wär ne, deine Schuld hehehe das wär halt echt meine Schuld, aber ich bin so ein Profi, ne, bei mir geht er nicht aus gut, wir haben gewonnen, auch mit den Autos, und auch wenn die Runde nicht perfekt war so Leute, dann holen wir uns mal ein anderes Auto so dann wird dann wieder 5 von auf 1 und mal ja, wieder natürlich 1, 2 das ist der Eis-Charger 3, oh ja, der dritte ist, der ist ganz sexuell 4, 4, der wär auch nicht schlecht gewesen der wär schlecht 5 und oh Gott oh Mann oh Mann Alter, was hast du für einen geilen Skin? was? Digga das was so nach hinten fliegt ja, voll geil das hab ich glaub ich mal gezogen, ich weiß es nicht auf jeden Fall kann ich eigentlich mit solchen Autos mit so was der Floatz hat mit so flachern besser spielen als mit so einem fetten Oshii aber da ist kein Problem so Leute da die erste Runde ja, so einfach mal machen wir jetzt einfach ähm die nächste Challenge ach fuck ich hab schon wieder außer beim äh Anstoß dürfen wir keinen Boost benutzen also beim Anstoß okay dürfen wir ist halt so weil sonst können wir niemals den Ball erreichen ansonsten keinen Boost benutzen wenn wir einen Fehler machen und einen Boost benutzen dann tust du uns leicht weil wir sind weil wir sind doof und wir checken es nicht du fährst also beim Ding schon ja ja beim Start schon weil sonst würden wir ja niemals so hinkommen dann müssen wir halt immer Doppeljumpen na das wir so einen kleinen Boost bekommen alle stellen wir mal vor die sind die denken sich jetzt bestimmt auch das Ding ist ich kann nicht fliegen dadurch ne ich kann nicht fliegen ah stimmt nein hätt ich jetzt Boost geben können dann wär ich schneller vorne gewesen so musste ich den Doppeljump machen warum haben die drei Spieler im Gegner Team was ach so weil da ein Bot drin ist und der jetzt was geworfen wird jetzt kann ich wieder Boost geben dass der auch mal genutzt wird hier stimmt wir können ja wirklich nicht fliegen alter das wird voll schwer ja weiß ich auch ja man was denken wir uns hier für kacke warum dann ist es auch so ein Auto wo ich nicht mit fahren kann LOL das Ding ist Abgewehrt wir haben jetzt in der ersten Stunde gewonnen also wir müssen das Level hier natürlich erhöhen das Ding ich komm nicht hoch ich komm nicht hoch echt ich kann halt nur so ein ich kann halt nur so ein ich kann halt nur so ein holen als ob du den machst als ob du den so outplayed hast ok jetzt kann ich kurz Boost geben paar Tricks machen hier dass der Boost auch mal genutzt wird du hast ihn so outplayed ne geil wir müssen uns gegenseitig Boost wir müssen aufeinander hinten drauf fahren da ist wieder einer gelieft weil wir zu gut sind ohne äh warum hole ich eigentlich Boost ich bin ganz zum Boost gefahren man hätte ich jetzt Boost gehabt wäre ich viel schneller als er am Ball gewesen ich kann nicht hochfliegen ich kann nicht hochfliegen ist es traurig mach was ich bleib kurz im Tor als der Ball gefährlich kommt ich sie merken dass das wir kein Ding benutzen ich weiß es nicht die denken vielleicht der Experte ist ja richtig schlecht ist er ja auch du kannst jetzt hochfahren und so das ist so ungewöhnlich kein Nies zu benutzen ist das geil ne ne der macht die nicht nicht mit mir was für eine Parade ja ich weiß ich weiß dass ich das der Ball kommt ich kann nicht hin das Problem ist wie kommt wir bekommen den Ball nie wieder auf die andere Seite weil wir kann nicht so benutzen das Ding er hat mich gekillt er hat mich gekillt und ein Ding ist so weg wir kommen sind zehn Minuten immer später an als die er ist auch zu ewig einfach er hat er ich bin aber wenn man jetzt geht es um mich war noch mal ich kann aber nicht fliegen es ist so traurig aber ich meine wenn es zu halten ist okay es war ein bisschen langweiliger war h 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 das können wir eh nicht halten so defensiv zu spielen das ist keine gute Idee einer muss im Ding bleiben im Tor eigentlich komm den kriegst du und man fliegt zu lange das ist so kacke ja 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 jetzt komm ich fahr und du machst ich mach Vorlage und du mach aber ich krieg ihn halt nicht der macht halt ne Vorlage okay mann mann kommt einfach nicht hin wenn ich nicht oder jetzt schnell schnell ründer schnell ründer nr 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 du musst Achtung fährte da schon wieder so komisch im Tor rum in der letzten Folge uuuh hey was war das jetzt ich bin auf deinem Kopf ah das ist spannend alter Befragung Schlag aber wir schlagen uns nicht schlecht ne ja muss man mal selber ausprobieren das ist nicht so leicht weil ich will die ganze Zeit diesen Knopf drücken ne komm 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 Vorlage langsame Vorlage es gibt einen Trick den wir anwenden können desto öfter wenn du ganz oft auf auf Doppelspringen drückst dann bist du ja so schnell wie wenn du voll nidro drückst ja ich weiß ja ich hab vorhin schon meine Spuren gesehen meine ja wenn du ganz oft drauf drückst dann mach Vorlage ich wollte gerade drücken alter das ist immer so nein 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 jetzt macht er noch so ich kann nicht fliegen ich kann nicht fliegen ey wie unfair ich kann da nicht hochfliegen wie unfair er nutzt das einfach aus dass wir dumm sind haha ich kann nicht hochfliegen sonst hätte man den abwinken weil ich stand schon seit Ewigkeiten im Tor und hab das halt ahnen können wo der hinkommt ja jetzt haben wir verloren wir sagen wir im Tor muss macht wo es jetzt ganz muss man also scheiße ich hab's vergessen Tja das ist jetzt natürlich wenn ich sage ja nur defensiv zu spielen der ist übrigens geliebt der jetzt ist das Tor gemacht hat ne oder wo 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 ich da dran war und immer schön die Turbos mitnehmen dass die sie nicht bekommen ja ja aber ich hatte Warte Vorlage langsam ja 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 nein dieser Bisser war da ja ja ich kicke ihn weg ja ja halt so 3 zu 2 wie dumm ist das er fährt halt voll vorbei und der andere denkt sich so ich hab ihn weggekickt am Anfang jetzt mach nicht so ich muss dich daran erinnern aber ich bin so schnell ich muss im Tor bleiben weil ich komm nicht hin ich fährst viel schneller da am Ball als ich komm jetzt durchhalten komm kick ihn nochmal oh jejejejeje nein 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 oder nein der geht nicht was wir haben's wir haben's wir haben's wir haben's mit dem Jungen glaube ich ja ja wir haben's mit einem komischen Auto und sogar ohne Boost geschafft ohne Boost merkt man hier ich kann nicht springen der Flo ist besser als ich aber es war auf jeden Fall ne crazy Folge hat auf jeden Fall Spaß gemacht gerne noch weitere Vorschläge für Challenges in die Kommentare wir werden auf jeden Fall dann demnächst wieder mal ne neuen Challenge machen ich würd sagen wenn euch dieser Part gefallen hat dann lasst mal ne Bewertung da haut rein bis dahin und ciao 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 i don't really do this but Bruce G be the dude to remove the blood big chick wanna talk like she knew what's up every time i step in they say who the what the wear the how flying smear the ground my chick 1010 she can stare the sound from miles away hello felt kinda now goodbyes feel like a tidal way okay okay Vielen Dank.